Ja, Shalom zusammen und gottesreichen Segen. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Inside Reporter MCM, in dem wir uns mal mit einigen gefährlichen Irrlehren beschäftigen wollen. Und wir tun das gleich alles anhand der Bibel. Ich möchte euch zunächst mal etwas zeigen. Und zwar den Titel eines Videos vom YouTube-Kanal Apologetik Absolut Arrogant. Da heißt der Titel dieses Videos, Josef von Apologetik Absolut Arrogant bittet um Vergebung bei Nature23 MCM und ihren Anhängern. Und ich habe eine Zeugin, also als ich den Titel gelesen habe, habe ich mich echt total gefreut. Und ich dachte, oh, der Apologetik Absolut Arrogant, der schickt ja hier uns Christen, Nature23, mich und alle, die Gottes Geburt erhalten und eine andere Auslegung der Dreinigkeit haben, schickt er ja alle in die Hölle. Er sagt, ihr seid nicht gerettet, ihr seid keine Christen, ihr seid keine Brüder, ihr kommt in die Hölle. So, und jetzt, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, gut, Gott sei Dank, der Bruder ist endlich vernünftig geworden. Er hat anerkannt, dass er ihre Lehren verbreitet hat und sehr arrogant war, aber nein, Pustekuchen. In diesem Video, was 28 Minuten dauert, redet er, ich weiß nicht, 25 Minuten über was ganz anderes. Und dann redet er zu denen, die nicht seine Brüder sind. Also zuerst redet er über seine Geschwister, dann redet er über Nature und mich und sagt, er bittet um Vergebung, dass er unsere Ürelöhre nicht noch viel mehr aufgedeckt hat. Und da sieht man schon, was für ein Heuchler das ist. Er hat gar nicht um Vergebung bei uns irgendwas gebeten, sondern hat mehr oder weniger um Vergebung dafür gebeten, dass er nicht noch viel mehr gegen uns vorgeht und so weiter und so fort. Aber wir wollen uns mal anschauen, was er denn sonst noch für eine Meinung hat. Erster Meinung, die biblische Lehre der Trinität, so wie er sie versteht, ist die grundlegendste Lehre des christlichen Glaubens. Falsch, nämlich die grundlegendste, wichtigste Lehre der Bibel ist das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist, auferstand und zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Und die Dreinigkeit hat mit dem Evangelium gar nichts zu tun. Aber Apologetik Absolut ist ja nicht nur ein gesetzloser Christ, sondern er hält ja auch hier die heidnischen Feste. Er hat ein Video gemacht mit dem Titel Ostern bringt das volle Evangelium. Also ohne Ostern haben wir nicht das volle Evangelium. Nun, in der Bibel haben ja auch so viele Menschen Ostern gefeiert, ne? Niemand. In der ganzen Bibel hat Ostern gefeiert und Jesus würde niemals seinen heidnischen Götzendienst betreiben. Und das wird auch, wie wir nachher anhand der Bibel sehen, nicht der Fall sein im Königreich des Herrn. Und wenn überhaupt könnte man hier sagen, das Passafest, was Jesus und die Apostel gefeiert haben, was laut Bibel ein Fest Gottes ist, das, wenn überhaupt, bringt das volle Evangelium. Aber nicht Ostern, was niemand in der Bibel gefeiert hat, was ein heidnischer Götzendienst ist. Aber für ihn, ohne Ostern, haben wir eben das volle Evangelium nicht. Nature und ich feiern kein Ostern, wir haben also leider das volle Evangelium leider nicht verstanden. Ja, das ist natürlich sehr tragisch, ne? Wir schauen uns nochmal an. Hier haben wir noch ein Video von ihm, das heißt Nature 23 und Ramazan zu Apostelgeschichte 9, Vers 7. Hat er hier geschrieben, Nature ist ein Irrlehrer. Und da muss ich sagen, das ist kein Problem. Also, Irrlehren heißt ja, man geht davon aus, dass sich einer in seiner Lehre über die Bibel oder sonst etwas irrt. Nun, für mich und Nature ist natürlich Apologetik absolut erst recht ein großer Irrlehrer. Er irrt sich mit allen Lehren fast, was er sagt, wie wir gleich sehen werden, anhand der Bibel. Und deswegen Irrlehrer ist kein Problem. Aber wo ich sehr allergisch reagiere, upsala, so, wo ich sehr allergisch reagiere, ist, wenn jemand anderen das Heil abspricht. Und da ist ja diese Apologetik absolut arrogant. Auf jeden Fall einer von vielen. Hier hat einer geschrieben, Nature ist der beste Bibellehrer Deutschlands und so weiter und so fort. Die Antwort von Apologetik Absolant, absolut arrogant ist. Nein, ist er nicht. Er, Nature, ist nicht einmal gerettet und geht leider in alle Ewigkeit verloren, wenn er nicht den wahren Gott und Jesus annimmt. Als hätte Nature, er hat den wahren Gott und Jesus schon seit zehn Jahren angenommen, genauso wie ich. Aber laut Apologetik absolut arrogant geht Nature. Verloren kommt in die Hölle, genauso wie ich natürlich. Da haben wir auch so Angst. Also, es war ein Mist. Wir dachten, wir kommen ins Paradies und jetzt kommen wir leider in die Hölle. Tja, das ist leider kein Einzelfall. Hier sehen wir noch so einen Kanal von einem absolut arroganten, gesetzlosen Ostereier-Irrlehrer, Johannes 14,6. Und da heißt der Videotitel Warum Endzeit Reporter, MCM, Nature 23 und noch viele andere in die Hölle kommen? Ja, und auch hier, also ähnliches arrogantes Niveau wie Apologetik absolut arrogant. Auch hier ein Irrlehrer. Aber der Kanal Apologetik Absolant seit sieben Jahren am Start und erst 2000 Abonnenten, das heißt, die meisten Christen, die haben so erkannt, was ein Irrlehrer das ist. Ich habe ja auch viele Mails bekommen über Apologetik Absolut Arroganz und die gesagt haben jetzt, dass sie jetzt auch gecheckt haben, was Irrlehrer verbreitet. Und deswegen, dieses Video ist gar nicht gegen Apologetik Absolut Arroganz oder gegen diesen Johannes 14,6, sondern es ist vor allem für die Glaubensgeschwister, die immer noch glauben, dass das alles so wahr wäre, was Apologetik Absolut Arroganz und diese Irrlehrer so verbreiten. Und deswegen möchte ich jetzt mal die Bibel sprechen lassen. Was die Bibel über diese Irrlehrer zu sagen hat, die uns das Heil absprechen, die Gesetzlosigkeit lehren und tun und die Dreinigkeit auslegen auf eine Art und Weise, wie sie nicht biblisch ist. Und vor allem fehlen es dir auch, die Dreinigkeit eine Lehre, die heizentscheidend ist. Also wenn nicht an die Dreinigkeit glaubt, kommt in die Hölle. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, was die Bibel über solche Irrlehrer zu sagen hat. So, dann wollen wir uns mal anschauen, was die Bibel über solche Irrlehrer und Irrlehrer zu sagen hat. Wir schauen uns als erstes mal an, was Jesus sagt über jene, die anderen das Heil absprechen wollen und meinen, sie seien der Richter, obwohl laut Bibel Jesus es sein wird, der uns richten wird. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Und das ist also eine gefährliche Aussage, wenn man Christen das Heil absprechen möchte. Da kann man biblisch argumentieren, ja, ich glaube, das ist wegen dem Vers, dem Vers. Da gibt es keine Entschuldigung dafür, laut Bibel, wenn man sich auf den Richterstuhl des Christus setzt und man praktisch lehrt, der kommt in die Hölle, der hat das ewige Leben. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt nicht nur von Islamisten und Muslimen in die Hölle geschickt werden, sondern jetzt schicken auch noch Christen, andere Christen in die Hölle. Sehr traurig, aber wahr leider. 2. Gründer 5, Vers 10, denn wir müssen doch alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder, auch ein Christ, der das Evangelium glaubt, jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das heißt, die Werke, die wir getan haben und die wir tun und noch tun werden, seien sie gut oder böse, alle Werke kommen vor dem Richterstuhl des Christus und wird dort aufgedeckt und offenbar werden. Deswegen natürlich, wir werden durch Glauben an das Evangelium gerettet, durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht deswegen gute Werke vollbringen sollen, denn wir wissen ja, Jakobus 2, Vers 20, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist, denn gleich wie der Leib ohne Geist Gott, äh, ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jetzt bleibt natürlich die Frage, welche Werke sollen wir denn vollbringen? Nun, wir sollen auf jeden Fall nicht sündigen. Das wäre doch schon mal der erste Schritt. Und was ist Sünde? 1. Johannes 3, Vers 4 Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das heißt, wir wissen, Gott hat ein Gesetz mit vielen Geboten und wer ein Gebot bricht und praktisch also gesetzlos lebt, der sündigt. Das heißt, wenn jetzt Christen die Apologetik absolut arrogant oder andere sagen, das Gesetz Gottes ist abgeschafft, dann tun sie und lehren sie die Gesetzlosigkeit und das ist, wie wir sehen werden, etwas, was sehr gefährlich ist, laut Bibel. In Römer 3, Vers 31 und Kapitel 6, Vers 15 sagte Paulus, heben wir denn nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferner. Also nur, weil wir durch Glauben gerettet sind, ist das Gesetz ja nicht abgeschafft und das sagte auch Jesus, wie wir gleich sehen werden, denn vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Sollen wir denn nun sündigen, Sünde, Gesetzlosigkeit, Übertretung des Gesetzes, sollen wir also das Gesetz brechen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Also nur, weil wir aus Glauben und aus Gnade gerettet sind, heißt es nicht, dass das Gesetz abgeschafft ist oder dass wir auf einmal sündigen können. Die zehn Gebote sind auch Teil des Gesetzes Gottes. Das heißt, wenn jemand sagt, das Gesetz ist abgeschafft, dann ist auch das Gebot automatisch abgeschafft. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehneln, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst den Sabbat heiligen, alles abgeschafft, laut den Gesetzlosen. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 12 über die Endzeit, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, also die Sünde, wird die Liebe in vielen erkalten, nämlich vor allem die Liebe zu Gott. Und das ist die Liebe zu Gott, 1. Johannes 5, Vers 3, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. So, also ganz einfach, die Gesetzlosen, Gesetzlose sind, egal ob das jetzt Christen sind oder Juden, auf jeden Fall sind das Menschen, die tun und lehren die Gesetzlosigkeit und dafür haben sie manchmal oder meistens andere Alternativen, nämlich heidnische Feste wie Ostern und Menschengebote wie die Sonntagsheiligung, das Essen von Schweinefleisch, Weihnachten, Ostern und dieses ganze heidnische Gedöns, was laut Bibel Sünde ist. Jetzt wollen wir mal schauen, was Jesus sagte über die Gesetzlosigkeit und ob er das Gesetz abgeschafft hat. Matthäus 5, Vers 17, Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und erfüllen klingt eher nach voll machen und nicht leer machen oder geschweige denn wegnehmen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, was noch nicht der Fall ist, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und es ist noch nicht alles geschehen. Und jetzt die wichtige Warnung, wer nur eines von diesen kleinsten Geboten Gottes auflöst und die Leute so lehrt, von wegen das Gesetz abgeschafft, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, und das tun wir, Nature und andere, Hamageddon und wie die ganzen Geschwister alle heißen, Stifokunola, Aposteln stehen und so weiter, wer die Gebote tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Das heißt, wer die Gesetzlosigkeit tut und lehrt, da sieht es schon mal schlecht aus, wer aber das Gebot hochhält, tut und lehrt, dass wir es noch wie vorzuhalten haben, auch wenn wir nicht durch unsere Werke gerettet sind, der wird groß sein im Reich der Himmel. Nun, einigen scheint es egal zu sein, ob sie klein oder groß sind im Reich der Himmel. Mir persönlich ist es nicht egal. Wenn ich schon einmal lebe und die Wahl habe, will ich groß sein im Reich der Himmel und nicht klein sein. Und jetzt eine ganz wichtige Warnung von Jesus, nämlich im nächsten Vers. Es gibt nämlich auch einige, die übertreiben das so sehr mit ihrer Gesetzlosigkeit, dass sie gar nicht ins Reich Gottes kommen. Matthäus 5, Vers 20, da heißt es, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und das ist eine wichtige Warnung, die dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Keine Aussage des Herrn dürfen wir auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen schauen wir uns mal an, was hat denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, was hat die denn ausgezeichnet? Woran sollen wir uns denn kein Beispiel nehmen? Schauen wir an, was Jesus über die Pharisäer und Schriftgelehrten sagt in Matthäus 15, Vers 6, da heißt es, da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus. Und Jesus sagt, so habt ihr nun das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch gewallt, sagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Nippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ja, Jinglebelts, Jinglebelts, Osterer sammeln, Ostern ist die Vollkommenheit des Evangeliums, also ein Blödsinn. Ja, da ist das Herz fern von mir, auch wenn sie den Namen des Herrn in den Mund nehmen, denn vergeblich wehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Ist das Passafest ein Menschengebot? Laut Bibel ein Fest Gottes. Ist Ostern, Weihnachten, die Sonntagsteiligung ein Gottesgebot? Jesus sagt, ich bin der Herr über den Schabbat, nicht den Herr über den Sonntag. Deswegen, das ist das, was Jesus meinte, wenn er sagt, eure Gerechtigkeit muss größer sein wie die der Schriftgelehrten und Pharisäer, denn sie sagen, die Menschengebote sind auf einer Stufe mit Gottes geboten. Und bei den Juden ist es ja so, das ist ja auch heute teilweise der Fall, da gibt es ja den Talmud und viele Rabbiner und da schauen sich die Juden an, oh, was hat denn Rabbiner A gesagt? dann glaube ich das. Die tun praktisch das, was Juden sagen in ihrem Talmud, nehmen die auch als Gottes Wort dar. Das ist für sie auf einer Stufe mit der Tora. Jetzt nicht bei allen Juden, aber bei vielen. Und so ist es ja auch bei den Christen, des Christentums des Traditionellen der Fall. Wenn es nun heißt, wir sollen Ostern und Weihnachten feiern, ja, dann können wir, dann müssen wir das machen, weil das haben ja schon, das haben ja schon die Kirchenväter getan. Und die Kirchenväter haben doch dann im vierten, dritten Jahrhundert die Dreieinigkeit dann ins Leben gerufen und da wollen wir doch der Kirchentradition mehr glauben als Gott. Das ist eine Lehre, die laut den Aussagen von Jesus damit enden kann, dass man gar nicht erst ins Reich Gottes kommt, wenn man Gottes Gebote wegnimmt und stattdessen Menschentradition einführt. Paulus sagte in Kolosser 2, Vers 20, wenn ihr doch nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auffälligen, als ob ihr noch in der Welt lebtet, Ostern, Weihnachten, der ganze Müll, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen in selbstgewählten Gottesdienst. Genau das ist es. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten ihren Gottesdienst selbst gewählt. Gut, Hände waschen vor dem Essen, das steht nicht in der Bibel drin, das ist kein Gebot Gottes, aber für sie war es ein Gebot Gottes. Deswegen haben sie die Anhänger von Jesus dafür kritisiert, dass sie das Gebot Gottes nicht halten, sich die Hände vor dem Essen zu waschen, obwohl es gar kein Gebot Gottes ist. Und zusammengefasst kann man sagen, Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, deswegen müssen wir Passa feiern. Das ist das, was das Evangelium, wenn überhaupt, dann zur Vollkommenheit bringt. Das Fest, was Jesus gefeiert hat und nicht Ostern. Es gibt kein Ostern in der Bibel. Die Botschaft von Ostern, dass Jesus aufgestanden ist und so weiter. Das ist biblisch. Aber das Fest, wie es gefeiert wird, Ostern, allein der Name kommt von Ostara, Astate, babylonische Götter. Damit hat doch Jesus nichts an Mut, im Gegenteil. Diese ganzen Feste werden sowieso im Königreich Gottes verschwinden. Deswegen ist es besser, man wird heute schon, hat man schon das Verständnis, dass das sowieso abgeschafft wird. Also am besten heute schon nicht mehr feiern, nicht wie Apologetik absolut arrogant. Ostern bringt die Vollkommenheit des Evangeliums. Genau, der Osterhase ist ja für uns gestorben. Eieiei, kein Wunder, dass in Deutschland so ein allgemeines Christentum am Aussterben ist. Bei solchen Irrlehren, da kann man ja wirklich eine gute Besserung wünschen. Wir schauen uns mal an, was im Psalm 45, im Psalm 125 und im Buch der Sprüche geschrieben steht. Da heißt es, auch über Gott, du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit. Denn das Zepter der Gerechtigkeit wird nicht bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach dem Unrecht ausstrecken. Denn es gibt einen Unterschied, Gerechtigkeit entsteht dadurch, wenn man die gerechten Gebote des Gesetzes Gottes hält. Gesetzlosigkeit entsteht, wenn man die Gebote Gottes nicht hält und die Gesetzlosigkeit lehrt und dadurch entsteht eben die Ungerechtigkeit. Aber die Ungerechten und die Gerechten werden am Ende getrennt, wie die Schafe und die Böcke ja am Ende geschieden werden von Jesus. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht den Weg der Ungerechten und der Gesetzlosigkeit gehen, sondern den Weg der Gerechtigkeit. Denn der Verstand der Gesetzlosen ist wenig wert. Apologetik absolut arrogant, das beste Beispiel dafür, dass der Verstand der Gesetzlosen wenig wert ist. Aber wer das Gesetz hält, der ist ein verständiger Sohn. Wer hat also viel Bibelverständnis laut Bibel, derjenige, der verstanden hat, dass die Gebote des Gesetzes Gottes zu halten sind, was ja normal ist. Es gibt kein Reich, kein Königreich, sonst was, wo es kein Gesetz gibt. Da kann ja jeder kommen und machen, was er will. Absoluter Blödsinn. Der Verstand der Gesetzlosen ist wenig wert. Das habe jetzt nicht ich gesagt. Wenn das jemand kritisieren will, dann müsste Gott kritisieren. Und ob das so gut ist, glaube ich eher weniger. Paulus sagt in Römer 7, Vers 12, denn so ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Wenn wir also das gerechte Gesetz Gottes halten, leben wir ja gerecht, gut und heilig. Wenn wir aber die Gesetzlosigkeit lernen, sind wir ungerecht. Und laut Bibel werden Ungerechte, die es mit der Gesetzlosigkeit übertreiben, nicht ins Reich Gottes kommen, laut den Aussagen von Jesus in Matthäus 5, Vers 20, wie wir gelesen haben. Ebenfalls sagte Jesus in Matthäus 7, Vers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und was ist der Wille des Vaters, den wir tun sollen? Werden wir gleich sehen. Jesus sagte weiter, Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, im Namen von Jesus also, geweißsagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten vollbracht und so weiter. Und dann werde ich ihn bezeugen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Nun wird das Jesus zu Menschen sagen, die ein Gesetz haben. Wir haben ja die Tore, das Gesetz Gottes, das wir halten wollen. Wir sind nicht gesetzlos. Diejenigen, die sagen, Jesus oder irgendjemand hat das Gesetz Gottes abgeschafft und wir brauchen das nicht mehr halten, der ist gesetzlos. Und den kennt der Herr nicht. Und es ist ja so, wenn angenommen, jemand will das Gesetz Gottes halten und wird jetzt schwach und bestellt sich jetzt eine Pizza mit Schweinefleischsalami drauf, weil er schwach wurde. Jetzt ist er deswegen nicht gesetzlos, sondern er hat ja trotzdem das Gesetz, nur ist halt schwach geworden. Und dafür ist die Gnade da, dass wenn wir Sündigen das Gesetz übertreten, dass wir einen Fürsprecher im Himmel haben, der mit seinem Blut dafür bezahlt hat, für unsere Sünden, nämlich Jesus Christus. Gesetzlos ist aber der, der sowieso egal ist, ob er Schweinefleisch isst oder nicht, ob er Sabbat hält oder nicht, weil für ihn ist ja das Gesetz abgeschafft. Deswegen Gesetzlose sind solche Irrlehrer wie Apologetik absolut arrogant oder Johannes 14,6 und andere, die ich gar nicht erwähnen möchte, weil ich gar keine Werbung eigentlich für diese Christen machen möchte. Also schauen wir uns. Jesus sagte, wenn ihr ins Reich der Himmel eingehen wollt, dann müsst ihr den Willen des himmlischen Vaters tun. So wie Jesus, Lukas 22, Vers 42. Jesus sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Was ist der Wille Gottes? Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Zu jemandem, der das Gesetz im Herzen hat und bei aller Schwachheit versucht, das Gesetz Gottes zu halten und gerecht zu leben, weil das Gesetz ja gerecht ist, laut Römer 7, der ist nicht gesetzlos und den kennt Jesus. Aber jemand, der die Gesetzlosigkeit tut und lehrt und uns Christen in die Hölle schickt, weil wir nicht sündigen wollen und die Gebote Gottes als höher erachten als die Menschengebote. Wir werden von diesen Christen gesetzlosen Ostereiern da in die Hölle geschickt. Aber wir schauen mal, was Jesus sagte, was mit Gesetzlosen passiert. Matthäus 13, Vers 40. Gleich nun, wie man das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein, am Ende dieser Weltzeit, wenn der Sohn des Menschen seine Engel aussenden wird und dann, sie werden alle die Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Wer kommt in den Feuerofen am Ende der Tage? Diejenigen, die das Gesetz halten wollen oder diejenigen, die Gesetzlosigkeit verüben. So, also, ich sage jetzt nicht, dass Apologetik absolut in den Feuersee kommt, in den Feuerofen, weil wir wissen ja nicht, was er in fünf Jahren denkt. Ich weiß auch nicht, wie alt er ist, ich schätze mal 24, 25 oder so. Geben wir dem nochmal fünf Jahre, ja, und dann schauen wir mal, ob er immer noch die Gesetzlosigkeit und seine merkwürdige Auslegung der Dreinigkeit lehrt. Falls nicht, ist ja gut. Falls doch, schauen wir mal, ob Matthäus 13, Abvers 42 da greift. Aber ich würde nie behaupten, er kommt in den Feuersee, er kommt in die Hölle, denn das ist viel zu riskant. Da würde ich mich ja strafbar machen, das Gesetz brechen, weil wir sind nicht der Richter und wir sind die Christen, die das Gesetz noch nicht mehr halten, die gar nicht Gerechtigkeit ausüben, dass sie andere richten. Das sollen wir nicht tun, das werde ich auch nicht tun, so war mir Gott helfe. Und schauen wir nochmal ins Buch der Psalmen und in Offenbarung rein, bevor wir uns dann gleich nochmal mit der Dreinigkeit kurz beschäftigen wollen. Da heißt es im Psalm 119, Moment mal, irgendwann kommt doch der neue Bund, wieso soll man denn ewig das Gesetz halten? Nun, es heißt weiter, Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Und ich bin manchmal auch zornig, wenn ich solche gesetzlosen Christen sehe, die anderen das Heil absprechen. Das ist etwas, es gibt nichts Schlimmeres für mich als Christen an ihre Lehren, als so etwas. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, oh Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach, den ganzen Tag. Mein Leben ist beständig in Gefahr, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Nun, wer zu Fall kommt am Ende der Tage, sind das diejenigen, die die Gebote Gottes halten oder sind das diejenigen, die Menschengebote und Traditionen der Menschen halten und Gottes Gesetz derzeit abgeschafft betrachten. Schauen wir mal ins Buch der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, also da kann man nicht sagen, ja, das war das alte Testament. Offenbarung 12, Offenbarung 14 und Kapitel 22, da heißt es, und der Drache, nämlich Satan, wurde zornig über die Frau, das Volk Gottes, zu dem wir Christen gehören, nämlich Israel. Wir sind das Haus Israel und keine Konfession der Baptisten oder sonst was. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen sogar mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Denn hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen der Endzeit, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Beides gehört zusammen, wie das alte und neue Testament, wie der himmlische Vater und sein Sohn Jesus Christus, der Glaube an Jesus Christus und das Evangelium und die Befolgung der Gebote Gottes. Denn glückselig sind, die seine Gebote tun, die Gebote Gottes, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Nun, was müssen Menschen also tun, die dann im Königreich Gottes in die Stadt, ins Heilige Jerusalem eingehen wollen, ins Neue? Die Gebote Gottes. Ich meine, denkt ihr, Gott wird Gesetzlosigkeit in seinem Reich dulden, Sünde dulden in seinem heiligen, sündenlosen Reich, wo sein sündenloser Messias regiert? Natürlich nicht. Jeder, der sich weigert, Gottes Gesetz zu halten, der kommt da nicht rein. So einfach ist das. Jesaja 66 und Saharia 14, wir schauen mal ins Königreich Gottes, wenn Jesus hier auf Erden regiert. Was werden wir machen? Werden wir dann mit Ostereien und Tannenbäumen Richtung Jerusalem ziehen? Ich glaube nicht. Es wird nämlich geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird. Alle Menschen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscher, anzubeten und um das Laubhüttenfest zu feiern. Also was wird im Königreich Gottes getan? Es wird jede Woche, jede Woche wird das Sabbat gefeiert und jedes Jahr werden auch die Feste Gottes gefeiert, zum Beispiel Passerfest oder auch das Laubhüttenfest. Jesus sagte, auch wenn ich wieder komme, dann trinke ich wieder hier von diesem Getränk, wenn ich mit euch im Königreich das Passer feiern werde. Wenn ihr beide, apologetik absolut arrogant, und ich vor Gott stehen, im Richterstuhl Gottes, wenn er mich fragt, MCM, ich habe doch das Gesetz Gottes abgeschafft, warum hältst du denn die Gebote Gottes? Dann sage ich, Herr, du hast gesagt in Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, du hast die Menschen gewarnt, wehe, du tust auch nur ein Strichlein vom Gesetz abschaffen, und das habe ich getan, und dein Gesetz ist gerecht, ich wollte dir treuer sein als den Menschen und den Menschentraditionen. Dafür soll ich bestraft werden? No, laut Bibel nicht. Und was sagt Apologetik absolut arrogant? Ja, ich dachte, das Gesetz wäre doch abgeschafft, und Ostern, Weihnachten, das sind doch christliche Feste, und Punkt, mehr wird sich bestimmt da ja nicht anhören, denn da kommt schon der falsche Gedanke, nicht alles, was christlich ist, ist biblisch. Ist der Weihnachtsmann, ist christlich, nicht biblisch. Ist Ostern, ist christlich, das wichtigste Fest im Christentum. Aber es ist nicht biblisch. Von daher, wir müssen nicht christlich korrekt sein, wir müssen nicht politisch korrekt sein, wir müssen biblisch korrekt sein, und das ist absolut, Apologetik absolut arrogant, von hinten bis vorne nicht, wie wir gleich sehen. Wir gehen nämlich jetzt mal zur Dreieinigkeit. Wir sehen hier links eine Dreieinigkeit, wo ich sage, das könnte man biblisch irgendwie noch vertreten, wenn man denn den Heiligen Geist als eine Person sieht, und rechts sehen wir eine Dreieinigkeitsform, die Apologetik absolut arrogant, und andere Ehrelehrer vertreten, und die laut Bibel Gotteslästerung ist. Wir schauen uns zuerst mal das an, was biblisch eher vertretbar wäre, nämlich, dass es eine Hierarchie gibt zwischen himmlischer Vater, dem Sohn Gottes, Jesus Christus, und dem Heiligen Geist, und deswegen kann man sagen, auf Platz 1, oder A, der himmlische Vater, dann kommt 2. oder B, der Sohn Gottes, und wenn der Heilige Geist, wenn man ihn unbedingt als Person sehen will, oder als Gott, oder wie auch immer, dann 3. C, der Heilige Geist, denn auch Jesus sagte in Johannes 10, 14 und 20, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, also auch größer als der Sohn Gottes, Jesus Christus, größer als der Heilige Geist, als alle. Ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Also auch Jesus, der Sohn Gottes, hat einen Gott, der über ihm geordnet ist, über ihm, und das ist natürlich der Vater. Dann heißt es, Hebräer 1, ab Vers 7, von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engeln zu Winden, aber von dem Sohn, nämlich von Jesus, dein Thron, oh Gott, ja, Jesus ist Gott, richtig, dein Thron, oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn du, Jesus, hast Gerechtigkeit geliebt, das Halten der Gebote Gottes, und Gesetzlosigkeit gehasst, Jesus hasst die Gesetzlosigkeit. Darum heißt es, darum hat dich, oh Gott, Jesus, dein Gott, der Vater, geseibt, mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. So, wenn Jesus also in Johannes 20 sagt, dass der himmlische Vater sein Gott ist, und auch hier lesen wir in Hebräer 1, dass der Sohn einen Gott hat, der ihn geseibt hat, dann ist es klar, dass Jesus also dem Vater untergeordnet ist, deswegen hat Jesus ja auch immer gesagt, ich tue nicht meinen Willen, ich tue den Willen des Vaters im Himmel. Nun gibt es aber so Irrelehrer wie Apologetik, absolut arrogant, die sagen, es gibt keine Hierarchie bei der Dreieinigkeit, alle sind, wie die, wie drei Wellensädiche auf der Stange, in dem Vogelkäfig, auf einer Ebene, keines über dem anderen, also praktisch 1, 1, 1 oder A, 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 wie man auch immer das nennen will, der himmlische Vater hat genauso viel zu sagen wie Jesus und der Heilige Geist hat genauso viel zu sagen wie der Vater. Nun gehen wir mal, nehmen wir das Beispiel mal und tun es mal auf eine irische Familie projizieren. Stellen wir uns mal vor, beim Frühstückstisch, da ist Mutter, da ist die Mutter, die präsentiert, sage ich mal, den Heiligen Geist, dann gibt es den Vater und den Sohn. Jetzt sagt der Sohn, der Vater sagt zum Sohn am Frühstückstisch, Sohn, bring doch mal den Müll raus. Der Sohn sagt, auf gar keinen Fall, ich habe gar keine Lust, ich habe genauso viel zu sagen wie du, Vater. Also sagen die beiden zusammen, Vater und Sohn, hey Frau, Mutter, bring du den Müll raus. Sagt die Mutter, hey mein Sohn, hey Mann, Ehemann, ich habe genauso viel zu sagen wie ihr beide, bringt ihr doch den Müll gemeinsam raus. In welcher Familie, auf Erden, hat der Sohn so viel zu sagen wie der Vater? Wenn ich meinen Vater sagen würde, bring mal den Müll raus, der würde sagen, sonst geht es ihm noch gut da oben in der Birne oder was. Und wenn schon bei uns auf Erden da eine Hierarchie ist, Vater, Mutter, Sohn, dann kann man doch nicht sagen, der himmlische Vater hat genauso viel zu sagen wie der Sohn Gottes, wenn der Sohn Gottes doch immer den Vater verehrt hat und angebetet hat und immer sein Willen getan hat. Und deswegen ist es Gotteslästerung, weil man tut den himmlischen Vater erniedrigen, von Position 1 auf Position 2, wie man, wie oder auch Position 3 sogar, weil in dem Moment, wo man den himmlischen Vater mit dem Sohn auf einer Ebene setzt, tut man automatisch den Sohn zu etwas erhöhen, was er nicht ist, nämlich zur Stellung des Vaters und man tut den himmlischen Vater, den obersten, den allmächtigen, allwissenden Gott, den himmlischen Vater, herunterstufen auf die Ebene des Sohnes Gottes und das ist Gotteslästerung. Danach das Ende, 1. Korinther 15, wenn er, nämlich Jesus, das Reich, Gott, dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Im tausendjährigen Königreich wird Jesus herrschen als König der Könige. Nach den tausend Jahren wird er das Reich Gott dem Vater zurückgeben, von dem er die Vollmacht bekommen hat, für tausend Jahre auf Erden zu herrschen. Wer ist also größer? Der, der Vollmacht bekommen hat oder derjenige, der Vollmacht gegeben hat? Jesus hat die Vollmacht bekommen von dem Vater, der ihm sie gegeben hat. Deswegen sagte Jesus in Johannes 13, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte, größer als der ihn gesandt hat, wenn ihr dies wisst. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nun, glückselig sind die Menschen, die erkannt haben, dass es da eine Hierarchie gibt, nämlich Vater 1, So ein 2, und Heiliger Geist, wenn überhaupt dann auf 3. Aber hier, diese Gotteslästerung mit dieser Ausdeckung der Dreieinigkeit, das ist natürlich brandgefährlich. Da sehen wir, dass da das Verständnis leider überhaupt nicht vorhanden ist von dem wahren Gottesbild der Bibel. Also bei so viel Arroganz, da kann man jetzt nicht als so viel Bibelverständnis und Weisheit natürlich erwarten. Dann, was genauso schlimm ist, die sagen ja auch, wir kommen ja, die Christen kommen ja in die Hölle, die ihre gotteslästerliche Dreieinigkeit nicht annehmen. Nun, wie hieß der Kanal, der gesagt hat, wir kommen in die Hölle? Johannes 14, 6. Und was steht da geschrieben? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, nur durch Jesus Christus. Erinnern wir uns dran, als Jesus gekreuzigt wurde, da gab es ja zwei, die mitgekreuzigt wurden. Einer, der hat ja bis zum Tod nicht an Jesus geglaubt, aber der andere schon. Und er hat gesagt, der Mitgekreuzigte, zum Herrn, ja, wenn du wiederkommst in deiner Königsherrschaft, bitte kannst du mich mitnehmen ins Paradies, ich glaube an dich. Und Jesus sagte, wahr dich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und was hat der Mitgekreuzigte geglaubt? Hat Jesus gesagt, ja, aber du glaubst doch auch an die Heilige Dreieinigkeit, die in zwei, dreihundert Jahren von den gesetzlosen Kirchen fehlter erfunden wird. Du glaubst doch, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eins sind auf einer Ebene und Eis und Wasser und Luft und diese ganze Philosophie, die man sich zur Dreieinigkeit mit erfunden hat. Du glaubst doch all diesen Müll, oder? Nein, das hat Jesus nicht gefragt und nicht gesagt. Es hat ausgereicht, dass der Mitgekreuzigte an den Sohn Jesus Christus geglaubt hat. Das ist das, was uns zum Reich, ins Reich Gottes führt. Schauen wir, was Jesus sagt. Allein schauen wir uns nur an, was Johannes geschrieben hat über das, was Jesus sagte unter anderem. Wir lesen in Johannes 3, Abvers 16 und in Kapitel 6 und im ersten Johannesbrief Folgendes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Jesus, damit jeder, jeder, auch wir, die wir die Gebote halten und eure Dreieinigkeit ablehnen, damit jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das werden wir uns von euch jedenfalls nicht wegnehmen lassen. Soweit kommen wir noch von euch und uns hier das Heil absprechen lassen. Traumt mal weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, an Jesus, der hat das ewige Leben. Hat Jesus gesagt, aber wer an den Vater glaubt und an den Heiligen Geist und an mich und die Dreieinigkeit, der hat ewiges Leben? Nein. Wer an mich, an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Denn wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Denn wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Automatisch, wenn wir bekennen, Jesus ist der Herr, der Sohn Gottes, haben wir auch Vergebung unserer Sünden durch das Evangelium und dann haben wir eine Versöhnung stattgefunden, auch mit dem Vater. Und gemeinsam, dann bekommen wir auch den Heiligen Geist. Aber nur der Sohn kann das bewerkstelligen durch den Glauben an ihn. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun, Nature seit zehn Jahren Christ, genau wie ich, wir glauben natürlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, dass er Fleisch wurde und wie der Gott wurde. Es gibt ja auch einige Christen, die sagen, Jesus ist jetzt als Mensch zu Rechen Gottes des Vaters. Jesus sagte, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Aber Jesus natürlich als Mensch ist zu Rechen Gottes des Vaters. Nein. Laut Bibel hat Jesus seine Göttlichkeit ausgezogen vor 2000 Jahren, ist Mensch geworden, Fleisch geworden. Gott kann nicht sterben, deswegen ist Gott Fleisch geworden, damit er sterben kann. Aber als er auferstand, der Herr Jesus, ist er wieder Gott geworden, was er schon war, vor 2000 Jahren, bevor er Fleisch wurde. Und deswegen ist diese Heizbotschaft, die Apologetik absolut arrogant und andere Christen, die gesetzlos sind, vertreten, eine falsche Heizbotschaft, einen falschen Jesus, der mit dem Vater auf einer Ebene ist und ein falsches Evangelium. Und wir schauen mal an, was die Bibel sagt über solche Christen, in Anführungsstrichen, die einen falschen Jesus und ein falsches Evangelium verkündigen. 2. Korinther 11, Vers 4 und Galater 1, Vers 9, Paulus schreibt, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium, als Heizbotschaft verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, nämlich, dass Jesus starb, auferstand und unsere Sünden gesühnt hat, der sei verflucht. Und so, wenn wir uns die Aussagen und alles anschauen, was wir bis jetzt gesehen haben, dann sehen wir also schon mal, was mit diesen absolut Apologetik, absolut arrogant eigentlich der Fall ist. Laut Bibel ist es ein Fluch, so ein falsches Dreieinigkeits-Evangelium zu verkündigen. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, der mit dem Vater auf einer Ebene ist, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den Heiligen Geist, der auf einer Ebene ist mit dem himmlischen Vater, wo der Heilige Geist etwas vom Vater ist und nicht der Vater, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, ein Dreieinigkeits-Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und jeder, der diese Irrelehren von Apologetik absolut arrogant gelaubt, der hat die Lehren, die Irrelehren eben, nicht gut ertragen, sondern er wurde verführt und ehregeleitet von diesen Irrelehrern. Und wir, die wir das natürlich erkannt haben, welche unglaubliche Irrelehren dort verkündet werden, wir haben das gut ertragen, denn wir fallen doch nicht auf so eine gesetzlose Osterei-Botschaft da rein. Die Vollkommenheit kommt nur durch, das Evangelium kommt nur durch Ostern. Das ist auch wieder ein falsches Evangelium. Das die Vollkommenheit, das kommt nur durch Ostern. Das ist ein Quatsch. Niemand hat Ostern gefeiert, wird auch niemand mehr tun im Königreich Gottes. Markus 16, 15, Jesus sagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Nicht die Dreieinigkeit, niemand wird gerettet, wenn er die Dreieinigkeit glaubt. Eher im Gegenteil, eher verliert man sein Heil, wenn man am Ende so eine falsche Dreieinigkeit glaubt und lehrt, dass Jesus mit dem Vater auf einer Ebene ist, was absolute Gotteslästerung ist. Wir werden den Vater nicht von seinem obersten Thron stoßen, von Position 1 und ihn ebenfalls mit dem Heiligen Geist gleichsetzen. Das ist Gotteslästerung, damit wollen wir nichts zu tun haben. Also als Fazit könnte man sagen, bezüglich des Kanals, Apologetik absolut arrogant. Er hat ein falsches Gottesbild, das er lehrt, einen falschen Jesus, auch einen falschen Heiligen Geist, den er lehrt, einen falschen himmlischen Vater und zusammengenommen eine falsche Dreieinigkeit, ohne Hierarchie, dann ein falsches Evangelium, eine falsche Heilsbotschaft. Er sagt, das Evangelium erst ist vollkommen durch Oster, ihr werdet nur gerettet durch seine merkwürdige Auslinge der Dreieinigkeit. Wir haben ja gelesen, ein falsches Evangelium verkündet einen falschen Jesus, was er ja macht, der ist laut Bibel verflucht. Dann tut und lehrt er die Gesetzlosigkeit und wir haben gesehen, was mit Gesetzlosen am Ende der Tage passiert und wir haben gesehen, was Jesus gesagt hat über diejenigen, die Gesetzlosigkeit tun und lernen und die Menschengebote halten, heidnische Feste und Traditionen wie Ostern und Weihnachten und dieser ganze heidnische Käse. Ja, da sagte Jesus Matthäus 5, Vers 20, wer die Gerechtigkeit der Pharisäer dort übt, die auch Menschengebote gehalten haben, die werden das gar nicht ins Reich Gottes kommen. Und dann Stolz und Hochmut, diese Irrelehrer schicken Christen in die Hölle, obwohl sie selbst mit einem Bein, sage ich mal, schon dabei sind, das Heid zu verlieren, laut Bibel. Deswegen zwei Bibelferse, die besonders gut auf diesen Apologetik absolut arrogant passen, meiner Meinung nach. Sprüche 16, Vers 18, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich bin mir sicher, in der Endzeit, wenn die Gesetzlosigkeit bestraft wird, was jetzt ja noch nicht so der Fall ist, werden viele Christen sich nochmal an dieses Video, die das jetzt gesehen haben, erinnern und ich hoffe, dass ihr dann umkehren werdet und nicht mehr diesen Irrelehrern folgt, sondern der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und auch das Gesetz und alle Gebote Gottes sind laut Bibel die Wahrheit. Ostern ist nicht Wahrheit, Weihnachten erst recht nicht. Ihr seht ja 16, Vers 6, das allen Vers, der meisten auf ihn zutrifft. Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs oder man könnte auch sagen, wir haben gehört von dem Hochmut von Apologetik absolut arrogant, das sehr anmaßend ist, von seinem Übermut, seinem Stolz und seiner Überheblichkeit, seinem leeren Geschwätz. Und genau so, genau das ist halt auch bei ihm der Fall. So, das soll es eigentlich bis hierhin mit dem Video gewesen sein. Trinität und Gebote, Apologetik absolut arrogant, gefährliche Irrlehren, aufgedeckt und ich weiß, die Gesetzlosen werden weiterhin gesetzlos bleiben und die Ostereier werden weiterhin gesucht werden und die merkwürdige gotteslästerliche Auslegung von der Dreieinigkeit von Apologetik absolut arrogant wird er trotzdem nicht wegwerfen, weil er ist ja so weise, dass er so viel Weisheit bekommen hat, dass er sogar glaubt, er könnte entscheiden, wer das ewige Leben hat und wer in die Hölle kommt. Arroganter geht's nicht mehr und ich bin seit 10 Jahren hier auf YouTube, aber so einen arroganten Irrenlehrer habe ich in den 10 Jahren noch nicht erlebt und deswegen dachte ich mir, ich habe ja fast 800 Videos, zwei, drei Videos habe ich mich mal gegen andere Christen geäußert. Ich dachte mir, gut, das war jetzt mal wieder der Fall, weil ich ein paar Sachen einfach mal erklären wollte, weil mir haben ja, wie gesagt, viele Geschwister auch geschrieben, die jetzt ebenfalls erkannt haben, dass Apologetik arrogant ein Irrelehrer ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt meine Videos gucken, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, da mit den Irrelehrern wollen sie nichts mehr zu tun haben und ich hoffe und bete für alle Geschwister, die das jetzt gesehen haben, dass auch ihr endlich erkannt habt, was dort heutzutage im Christentum 2019 auf YouTube und auch außerhalb YouTubes so los ist. Doch damit möchte ich mich nicht verabschieden, ich möchte ja euch erst zum Schluss nochmal segnen. Einige gesetzlose Christen, vielleicht mögt ihr jetzt von mir nicht gesegnet werden, aber alle anderen, die das annehmen, hoffe ich, dass ihr mir diese Zeit nochmal schenkt. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. So, liebe Geschwister, dann war's das für heute mit diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wann auch immer das Video online kommen wird und nicht vergessen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen, nämlich das Evangelium vom Sohn des lebendigen Vaters im Himmel von Yahshua Hamashiach, Jesus Christus. Lasst euch nicht verführen und bleibt in der Liebe, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nämlich der Sohn des Allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen. Amen. Vielen Dank.